So in die Richtung. 30 Credit Points sind doch fast alle. Ja, fast alle für ein Semester. Aber... Aber man braucht 6 Semester. Ja, ich bin schon... Investment-technisch bin ich da schon am Start auf jeden Fall. Ich dachte, Q-Auto-Tag reicht. Actually. Ähm... Hätte ich nicht gedacht, dass sie das überlebt. Oh, das ist natürlich sehr, sehr schade, was da gerade passiert ist. Ja, Leute, ihr braucht jetzt nicht alle Int-Scheiben, ne? Also wirklich nicht. Ich habe meinen Schaden falsch eingeschätzt und das ist in Ordnung. Wenn ich die Talia da mit der Q-Auto-Tag töte, dann sagt ihr alle... Ähm... Alter, viel krass, umgehe, well played. Ihr dürft kein Erfolgs-Fan sein. Ihr müsst prinzipiengesteuert sein, wisst ihr? Wo ist der Full-Focus? Actually, ist das true, lol. Ich spiele zwar auf meinem Smurf, aber der ist auch auf Grandmaster mit mir. Also, ja. Okay. Ähm, done. Äh, let's fucking go. Okay. Let's fucking go. Let's fucking go. So, Talias Topside. Ähm... Wie gehen wir mit dieser Situation jetzt um? Wir junglen uns hoch und deninen den Top-Lane-Dive wahrscheinlich, oder? Ihre Bot-Site ist halt auch komplett free. Wir wollen auf jeden Fall für Top-Crab spielen, right? Right. Okay. Wir können nicht für Top-Lane-Crab spielen. Ist schlichtweg impossible. Ich hab null über das Game nachgedacht hier, ne? Eieieiei. Die Linie hat so blä Arsch geldt. Okay. 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 ich will ich stehe in einem sehr guten sehr guten platz gerade richtig gut gespielt von silas der darius könnte die in der theorie da auch einfach invaden ich kann jetzt noch einmal full klären oder das ist so random also was ist random wenn das nicht klappt ist die sehr doomed aber es klappt die kaiser stirbt auch noch die will jetzt meine camps invaden nein hä wir haben die doch gesehen hä wie kann man denn so trollen ja die willst du resetten und aus base topside gehen ich bin noch nicht base gewesen das bedeutet ich bin nicht stärker als sie und den grom zu nehmen ist super riskant manche würden auch sagen einfach schlecht tausend ich bin so früh level 6 ich kann nichts machen amigo ich brauche ein reset ja ich nehme die wafer an ja ich nehme die wafer an ja ich nehme die wafer an ich bin so stark ich bin so stark ich kann talia wenn immer ich sie jetzt sehe und ich ulda papp töten ohne probleme oh lol ich troll lol na jetzt erstmal jungle div callen ich werde wahrscheinlich mich in ihre bot side stellen und auf sie warten glaube ich ich bin so stark ich bin ganz wichtig ich bin alle ich bin man ich bin ich bin ich bin ich bin Nice, sehr gut Schönes Ding Ich bin so stark Oh mein Lord Ich gehe direkt in meine Topside Sie will meine Topside invaden Ich bin stärker als sie Ergo sie darf das nicht Oh Gott, oh Gott Ich bin nicht ganz sicher Ob der mich nicht tötet Okay, nice Silas und ich, Junge Wir sind so ein gutes Team Ah, ich weiß nicht, ob der Flasher hat Wenn der Flasher tötet er mich Soll ich es riskieren? Wenn er seinen Laser macht Okay, gut Ich war mir nicht mehr sicher, ob man das Shielden kann Oh, ich habe es einfach mal probiert Hat geklappt Ich bin so stark Boah, Junge Ich bin so unglaublich stark gerade Jetzt entwähle ich noch Enemy Topside Weil sie gerade Botside gegangen ist Fataler Fehler 91 CS by the way Ja, was machen wir jetzt? Gut Meine Güte Alter, ich komme nicht darauf klar, wie stark ich gerade bin Oha Vielen, vielen Dank für deinen Twitch Prime Sub Der ist übrigens mehrkostenfrei Alter, 100 CS Wir sind so gut, Junge Oh scheiße Hat sie gut gemacht, ne? Hä? Wieso haben wir sie durch die Ward nicht gesehen? Ah, shit, ey Hätte früher flaschen müssen 700 Gold ist ein Disaster Wenn ich früher flash, überlebe ich das ja auch noch, ne? Na, wenn ich aufpasse, dann W ich ihre W Und dann kann sie da, also stirbt sie da halt auch einfach, ne? Und dieser Seil ist runter Okay, okay, okay Gehen wir Topside Das war jetzt ärgerlich, ne? Dadurch hat sie echt viel Gold bekommen Flash auf Tali, aber Ja, wenn ich Uldab hab und sie seh, dann ist sie always dead Right? Always Und wenn ich always sag, dann sag ich always Weil ich always mein Äh, Bushi Übrigens, danke dir für den Sub-Gift an Florenzus Sehr, sehr appreciated an der Stelle Ah, ich bin noch nicht in Range Ja, natürlich, ja, ein Fortschnitt Ja, ich bin noch nicht in Range Ja, gut, dass Kaisa gemoved ist, ne? Ey, mach so viel Schaden Oh, die sind so low-level, die Crux Weil ich sie so gar nicht gemacht hab Ah, die könnten hier drin stehen In der Theorie wäre aber schon bad Ja, also ne Ja, der ist aber echt stark, der Silas Da unten wird aber Talia auch sein Wann hab ich den Reset? Ich gehe hier das Ding Hätte ich gleich Der Viktor wird nach oben laufen, so wie es aussieht Kann ich den hier oben töten? Ich bin so stark! Oh mein Gott, ey Ja, krass, Mann Ähm, Bushi Danke dir für den Sub-Gift an Florenzus Und Odens Danke dir für deine zwei Monate Prime Sehr, sehr appreciate Danke dir für deinen mehrkostenfreien Support Kuss geht raus Danke dir für deinen Twitch Primer Hat er richtig geil von dir Ich lauf runter, weil Talia wird da auch runterlaufen Können die alle töten Dieser Typ, ne? Ja, wir beide Wir sind's halt einfach Wir sind's halt einfach Ja, nice Äh, Lucky's Eleven Kuss geht raus Danke dir auch für deinen Prime Sehr, sehr appreciated Danke dir für deinen Support Habe da ein bisschen missplayt gerade Habe mein Autotech gecancelt Boah, das muss so ärgerlich sein, ne? Das muss so ärgerlich sein 158 CS Ja, leck mir doch ab, Zykalim Wisst ihr, womit das Game gestartet hat? Level 1 Könnt ihr euch noch dran erinnern? War echt ärgerlich, ne? Am Ende des Tages Mert das denn doch irgendwie nicht so Oh Mann Oh Mann, ey Das ist crazy, ja, nur Gleich da Das war angenehm Alter, Level 5 Boah Geil WP Silas Der hat auch echt Richtig gute Spiele Ich war einfach Most CS Ingame Und ich hab ja nicht mal Lanes getext Ich hab nicht mal Lanes getext Ich hab ja nicht mal Lanes getext Ich hab ja nicht mal Lanes getext